Ja, wie überlastet waren oder sind die Intensivstationen während der Corona-Pandemie? Darum wird es gehen. Sebastian Münzenmaier eröffnet für die AfD-Fraktion diese Aktuelle Stunde. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn nicht Meinung gegen Meinung offen gesagt wird, lässt sich die Bessere nicht herausfinden. Diese Worte stammen vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot und spiegeln perfekt wider, was in der Diskussionskultur in Deutschland leider immer mehr abhanden kommt. Am vergangenen Wochenende hat die Veröffentlichung eines Papieres namhafter Mediziner und Wissenschaftler und Prof. Dr. Schrappe für einen Aufschrei in Zeitungen und in den sozialen Medien gesorgt. Die Aussagen von Prof. Dr. Schrappe und seinen Kollegen wiegen dabei schwer. Die Forscher kommen anhand der Betrachtung zum zentralen Ergebnis, dass die Angst vor knappen Intensivkapazitäten in Deutschland während der Corona-Krise übertrieben gewesen sei. Die Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel rechtfertigte aber massive Grund- und Freiheitseinschränkungen über Monate mit der Gefahr überlasteter Intensivstationen. Eine Bestätigung der Beobachtungen Schrappes würde also den harten Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte nachträglich die Grundlage entziehen. Daher sind die Ergebnisse der Stellungnahme es wert, aufgeklärt und aufgearbeitet zu werden. Und ja, natürlich ist es richtig, dass das Autorenteam inzwischen eine aktualisierte Fassung vorgelegt und einige Korrekturen vorgenommen hat. Und auch wenn immer noch einige Zahlen und Schlussfolgerungen umstritten sind, bleibt die zentrale Grundaussage des Teams die gleiche, meine Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es uns als AfD-Fraktion eben nicht darum geht, die Belastungen der Pfleger und Ärzte in Deutschland zu relativieren, die in der Corona-Zeit für Gesundheit und Leben der eigenen Patienten gekämpft haben. Wenn Sie zuhören würden, würden Sie was lernen. Tun wir eben nicht. Aber da müssen Sie erst mal zuhören. Sondern die Pfleger und Ärzte haben von der Regierung nur warme Worte und ein bisschen Applaus bekommen. Aber das Aufklären einer undurchsichtigen Faktenlage ist eben nicht gleichbedeutend mit einer Kritik am medizinischen Personal, auch wenn das im öffentlichen Diskurs versucht wird und auch wenn der eine oder andere es heute immer noch nicht verstanden hat. Als AfD-Fraktion fordern wir eine transparente Aufarbeitung der Erkenntnisse, die auf schwerwiegende Politikfehler in einer der größten Krisen unserer Bundesrepublik hinweisen. Der Verdacht Professor Schrappes und anderer, dass einige Kliniken aus finanziellen Interessen plötzlich den Aufbau von Intensivbetten meldeten und 50.000 Euro pro neu geschaffenen Bett erhielten, während die Betten höchstwahrscheinlich noch in Folie eingepackt im Keller schlummerten, wird auch von anderen Experten mehrfach erwähnt und beispielsweise durch eine Spiegelrecherche aus dem niedersächsischen Sesen klar erhärtet. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr mehr als 9 Milliarden Euro an die Kliniken, größtenteils nach dem Gießkannenprinzip. Und diese Zahlungen, die müssen transparent, sachlich und ohne Schaumverwund, nicht wahr, Herr Kollege Ulrich, die müssen ohne Schaumverwund aufgearbeitet werden, denn es kann nicht sein, dass Steuerzahlergeld für freigehaltene Betten ausgegeben wird, wenn diese Betten nicht existieren oder nicht zum Einsatz kommen können. Unzweifelhaft korrekt ist auch die Erkenntnis der Wissenschaftler, dass die Bundesregierung nach ungefähr anderthalb Jahren der Corona-Maßnahmen immer noch keine Übersicht hat, wie viele Pfleger überhaupt auf den Intensivstationen arbeiten. Hier hätte eine verantwortungsvolle Regierung frühzeitig Zahlen erfasst und dafür gesorgt, dass mögliche Engpässe nicht durch das Ausschütten von Geldern für Fantasiebetten, sondern durch Programme zur Rückgewinnung von Pflegekräften aus dem Ruhestand oder zur Qualifikation von Pflegern aus anderen Bereichen gelöst werden. Aber statt diese Ergebnisse zu diskutieren und eigene Fehler in Überlegungen einzubeziehen, wurde auch dieses Mal wieder der Wissenschaftler zum Schwurbler und der Mediziner zum Aluhut. Diese Scheuklappenpolitik muss endlich ein Ende haben, denn ergebnisoffener Austausch bedeutet immer auch eine Bereicherung für unsere Demokratie, meine Damen und Herren. Daher fordern wir als AfD-Fraktion seit einiger Zeit einen Corona-Untersuchungsausschuss, um das Handeln der Bundesregierung während der Coronakrise auszuwerten. Die getroffenen Maßnahmen müssen auf Evidenz und Verhältnismäßigkeit geprüft, und die bisher völlig außer Acht gelassenen Kollateralschäden der Lockdown-Politik müssen endlich wahrgenommen werden, meine Damen und Herren. Ein beispielloses Versagen bei der Maskenbeschaffung, eine sich wie Kaugummi ziehende Auszahlung von dringend benötigten Coronahilfen, unverhältnismäßige, teilweise rechtswidrige Maßnahmen wie die 15-Kilometer-Leine oder die Ausgangssperre und ein völliges Desaster bei der Impfstoffbestellung. All das muss endlich aufgeklärt werden. Wir werden auch in Zukunft als aufmerksame und kritische Stimme hier im Deutschen Bundestag, die ihren Auftrag der Regierungskontrolle ernst nimmt, auffallen. Denn nur wenn Meinung gegen Meinung endlich wieder ergebnisoffen diskutiert wird und nicht abgewertet durch Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker, nur dann kann die beste Lösung für unser Land gefunden werden. Und nur dann wird Deutschland wieder normal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sebastian Münzenmaier war das hier zur Eröffnung dieser Aktuellen Stunde, die die AfD-Fraktion beantragt hat. Also Anlass und Hintergrund noch einmal vergangenes Wochenende veröffentlichten Wissenschaftler um den Kölner Medizinprofessor und Gesundheitsökonom Matthias Schrappe ein Papier zur intensivmedizinischen Versorgung während der Covid-Epidemie. Eine These hier war, dass die Vereinigung der Intensivmediziner, auch Politiker, bewusst oder unbewusst, um die Bevölkerung zur Lockdown-Disziplin zu motivieren, die Lage auf den Intensivstationen besonders dramatisch gezeichnet habe. So, jetzt sind wir in der Aussprache mit dem nächsten Redner. Und das ist Lothar Riebsam für die Union. Seit mehr als einem Jahr beschäftigt, in denen 165 Millionen Menschen sich weltweit infiziert haben, dreieinhalb Millionen Menschen weltweit gestorben sind in Deutschland, 3,6 Millionen Menschen sich infiziert haben, 87.000 Menschen gestorben sind, und Zehntausende in Intensivstationen an Beatmungsplätzen beatmet wurden und immer noch werden. Wenn sich im Zusammenhang mit dieser verheerenden Pandemie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der ganzen Welt aller Disziplinen, natürlich der Medizin, anderer Disziplinen, der Soziologie, der Pädagogik, die Wirtschaft, Regierungen dieser Welt mit dieser Pandemie beschäftigen und sie beenden wollen, und wenn in kürzester Zeit Impfstoffe entwickelt wurden, gleich zwei in unserem Land, wo wir stolz drauf sein können, Ja, dann will die AfD halt auch noch irgendwo vorkommen, bevor diese Legislaturperiode beendet ist, mit einer aktuellen Stunde. Mit einer aktuellen Stunde, die sich aber nicht etwa damit befasst, wie wir noch besser werden beim Impfen, noch effizienter werden beim Bekämpfen dieser Pandemie, sondern eine aktuelle Stunde, die sich damit befasst, dass die Intensivpflegebetten nicht richtig gezählt wurden, dass Corona-Diagnosen anders abgerechnet wurden, als sie sollten, kann ich Ihnen nur sagen, das ist keine aktuelle Stunde, das ist noch nicht mal eine originelle Stunde, das ist eine überflüssige Stunde. Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor darum, die Pandemie zu bekämpfen. Und nach wie vor kämpfen Menschen um ihr Leben auf diesen Intensivstationen, wo sie glauben, da würden die Betten zahlen, da gäbe es statistische Abweichungen, das ist Ihnen anscheinend wichtig, wie armselig, kann ich nur sagen, wie armselig, wenn immer noch Menschen um ihr Leben kämpfen, wenn immer noch Ärztinnen und Ärzten um das Leben dieser Menschen kämpfen. Und es kann schon sein, dass im Frühjahr letzten Jahres die Intensivbetten anders gezählt wurden als jetzt. Das kann sein, weil wir im letzten Jahr nicht wussten, kriegen wir 10.000 Beatmungspatienten aus der Corona heraus, kriegen wir 20.000, wir wussten es nicht. Es wurden OP-Säle aktiviert, es wurden Betten ausgewiesen, ohne dass tatsächlich das fachliche Personal wie vorgeschrieben vorgehalten wurde. Das wurde mitgezählt. Das wird heute nicht mehr mitgezählt, und das ist ja auch richtig so. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, vielleicht waren Patienten auf Isolierstationen, die hätten auch ambulant behandelt werden können. Vielleicht gab es Leute auf Intensivstationen, die hätten auf Normalstationen behandelt werden können. Das sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns ohne Corona seit Jahr und Tag. Das kann man vielleicht bedauern beim MDK-Reformgesetz im letzten Jahr. Das gehört zum Alltagsgeschäft jedes Krankenhauses dazu. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und als ob es darauf jetzt ankäme, ganz gewiss nicht. Es kommt nach wie vor darauf an, dass die Zahlen zurückgehen, dass die Kranken zurückgehen, dass wir impfen, dass unser Gesundheitssystem auch bis zum Ende dieser Pandemie durchhält und gut aufgestellt ist. Darauf kommt es doch an. Und wir sind froh darüber, dass unser Gesundheitswesen, unsere Krankenhäuser nicht überlastet war. Sie lamentieren darüber, dass unser Gesundheitswesen nicht überlastet war. Ja, wo sind wir denn? Haben Sie denn den Schuss nicht gehört? Wir sind froh darüber, dass wir nicht die Verhältnisse hatten wie in Bergamo im letzten Frühjahr, wie in Straßburg, wie in New York. Wir sind froh darüber, dass wir auch in diesem Jahr nicht Verhältnisse haben wie in Portugal, wie in Tschechien. Wir sind froh darüber, dass wir auch diesen Ländern sogar helfen können. Darauf kommt es doch an. Wir sind froh darüber, wenn unser Gesundheitssystem funktioniert. Und Sie sind froh darüber, wenn es nicht funktioniert. Das unterscheidet uns leider. Also an der Stelle werden Sie halt nicht besser zum Ende dieser Legislaturperiode. Schade. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die führt ein Intensivregister mit freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin und das in Echtzeit seit April 2020. Das Engpässe zeigen soll auch die aktuellen Fallzahlen intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Pastionen werden dort aufgezeichnet. Meine Damen und Herren, die Intention der AfD zur Aufsetzung dieser aktuellen Stunde ist ziemlich durchsichtig. Sie will lediglich den Verschwörungstheoretikern in unserem Lande eine Bühne im Deutschen Bundestag bieten, will hier eine Studie diskutieren, die angeblich die Pandemiebekämpfung infrage stellt. Das ist ein sehr durchsichtiges Spiel, und da machen wir natürlich nicht mit. Die AfD hat sich gestern im Gesundheitsausschuss gar nicht getraut, das Thema von der Studie von Schrappe et al. zu diskutieren. Wo waren die Fragen an den Bundesminister? Er war doch da. Da haben Sie sich nicht getraut, das mal zu diskutieren. Ich war der Einzige, der diese Frage gestellt hatte, was diese Zahlen bedeuten, ob das Bundesministerium eventuell uns auch noch mal Zahlen an die Hand gibt, ob diese wahr sind oder nicht wahr sind, sei dahingestellt. Ich bin froh darum, auch als Oppositionspolitiker vom Bundesminister zu hören, dass er da Aufklärung verschafft, vom BMG, vom Robert-Koch-Institut, die zeitnah uns entsprechende Daten liefern wird. Das ist gut so. Nur danach kann man sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, meine Damen und Herren. Denn Wissenschaft geht damit um, wenn man verschiedene Standpunkte hat. Und da muss man es auch diskutieren. Und das hat dann keinen Sinn, wenn Sie sagen, hier ist eine Meinung, die ist die richtige Meinung. Nur ich habe meine Zweifel mit den Erfahrungen der AfD in den letzten vier Jahren, dass sie damit umgehen können. Ein positives Beispiel möchte ich an dieser Stelle explizit erwähnen. Der Kollege Dr. Janosch Dahmen von Bündnis 90 Die Grünen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns wissenschaftlich mit den Daten auseinandergesetzt. Wir haben auch versucht, zu interpretieren, was das bedeutet. Weil da gibt es Widersprüche, natürlich bei den Zahlen. Aber das ist immer eine Frage, wo die Quelle, diese Zahlen herkommt. Und dann können wir auch besser darüber diskutieren. Aber nicht, wie hier diese Partei zu ganz Rechten macht. Das geht nicht und das funktioniert natürlich nicht. Deshalb erlauben Sie mir doch die Frage, lieber AfD. Wo haben Sie in der Vergangenheit eine Aktuelle Stunde zu anderen hochrangig veröffentlichten Studien gehalten? Zum Beispiel Derek Shue vom Lancet von 2021 oder Fernando Pollack aus dem New England Journal of Medicine von 2020 und auch dieses Jahr von Lindsay Baden, New England Journal of Medicine oder Meryl Frossey vom Lancet von 2021. Wo war da Ihre Aktuelle Stunde? Da waren hochrangig publizierte Daten, die man hier auch gerne im Bundestag hätte diskutieren können. Denn diese Studien, die ich Ihnen jetzt gerade aufgezählt habe, zeigen mit wissenschaftlicher Evidenz die Wirksamkeit von Masken, die Wirksamkeit von Abstandhalten gegen die Covid-Krise, zeigen auch die wissenschaftliche Evidenz, dass neue Artige Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 funktionieren. Aber Sie beweisen mit Ihrem Verhalten hier im Bundestag, dass Sie sich direkt darum kümmern, wie man eine Pandemie umgeht. Sie tragen keine Masken, Sie halten keine Abstände und zweifeln hier an die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Und hier gehören Sie eigentlich nicht hin. Denn wo sind denn Ihre Lösungen? Wo sind Ihre Lösungen zum Mangel der Fachkräfte oder Pflegekräfte in den Krankenhäusern? Wo sind Ihre Lösungen zur Steigerung der Impfstoffproduktion? Wo sind Ihre Lösungen, um die Impfstoffakzeptanz zu erhüllen? Wo sind Ihre Lösungen, global Impfstoffgaben zu gewährleisten? Da ist die Antwort nada, nichts, gar nichts kommt von Ihnen. Die FDP-Bundestagsfraktion hingegen bietet immer konstruktive Lösungen an. Wir sind zukunftsgerichtet, wir wollen weitere Lockdowns vermeiden. Wir fordern eine Stärkung des Gesundheitssystems, wir fordern auch eine Stärkung des Bildungssystems, auch der Wirtschaft, um die Folgen einer Pandemie nicht wieder aufkommen zu lassen, wie wir sie erlebt haben. Wir brauchen natürlich zuverlässige Zahlen durch bessere Definitionen, durch Digitalisierung und mehr Daten von klinischen Verläufen. Da ist in der Vergangenheit natürlich einiges versäumt worden. Aber die Widersprüche, die wir sehen, auch bei den Inzidenzen, bei den Belegungen in den Krankenhäusern, hier muss natürlich nachgearbeitet werden, das ist keine Frage. Aber auch hier wird ein Präventionsparadoxon aufgearbeitet, die offensichtlich ist. Und ganz klar, die Inzidenz ist nicht ausreichend als Teil, da brauchen wir weitere Variablen. Wir brauchen mehr, wenn dann, Regeln und nicht blind nach den Inzidenzzahlen uns zu orientieren. Wir brauchen besseres Surveillance, bekannter und unbekannter mutierte Viren. Wir brauchen europaweite Regelwerke für die Maßnahmen. Wir brauchen weiter europaweite Konzepte. Wir brauchen dringend EU-einheitliche Impfnachweise. So geht Oppositionspolitik und nicht anders. Noch ein Wort zum Schluss. Herr Spahn ist jetzt nicht anwesend, aber er wird sicherlich zuhören. Im Infektionsschutzgesetz haben Sie ja festgelegt mit der Koalition, dass bis zum 31. März diesen Jahres dem Bundestag ein Pandemiebericht vorgelegt werden soll. Dies ist längst überfällig. Und ich bitte nachdrücklich, dass Sie sich an Ihre eigenen Regeln halten. Herzlichen Dank. Andrew Ullmann war das für die FDP-Fraktion. Und er ist einer von einigen Medizinern, die natürlich auch hier im Bundestag sitzen. Und er ist in Teilzeit auch noch Facharzt für Innere Medizin, parallel zu seinem Mandat. Und er hat es gesagt. Es gibt Widersprüche in den Zahlen. Das erklärt sich zum Teil, wir haben es schon gehört, auch daraus, dass die Dokumentationsweise Ende letzten Jahres geändert wurde, dass Intensivbetten für Erwachsene und Kinder beispielsweise nicht mehr zusammen angegeben werden. Aber natürlich, die Fragen sind da, der Parlamentarier. Und wir hören jetzt für die SPD Sabine Dittmar. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich braucht es zu gegebener Zeit eine sorgfältige Analyse des Leistungsgeschehens während der Pandemie. Allerdings finde ich den Anlass für diese Aktuelle Stunde durchaus erstaunlich. Was in den sozialen Medien in den letzten Tagen als Divigate lief, basiert letztendlich auf einer schlecht recherchierten Ad-Hoc-Stellungnahme. Während die Autoren ihre vermeintlichen Erkenntnisse zwischenzeitlich selbst zum Teil relativiert oder korrigiert haben, stürzt sich die AfD natürlich mit Genuss darauf. Denn die AfD meint, einer ganz großen Geschichte auf der Spur zu sein und die Intensivversorgung in Deutschland skandalisieren zu können. Erinnern wir uns an 2020. Die Bilder aus Bergamo haben uns geschockt und tief getroffen. Eine solche dramatische Situation galt es in Deutschland mit aller Kraft zu verhindern. Und deshalb war es wichtig und richtig, die Intensivbetten und Beatmungsplätze mit einem Förderprogramm aufzustochen. Und es war auch eine kluge Entscheidung, ein Divi-Intensivregister zu etablieren. Erstmals überhaupt haben wir einen tagesaktuellen, standortgenauen Überblick über betreibbare Intensivbetten. Und betreibbar heißt Bett, Platz und Personal. Meine Damen und Herren, ich muss sagen, mich macht es richtig wütend, wenn ich mir immer wieder anhören muss. Aber es waren ja nur 20 Prozent der Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Wer so daherredet, wer so daherredet, hat schlicht und ergreifend keine Ahnung von der Realität. Eine Intensivstation mit Akutversorgung ist ausgelastet, wenn sie zu 80 Prozent belegt ist. Da immer einige Betten für Akutfälle zur Verfügung stehen müssen. Denn auch der Herzinfarktpatient, der Schlaganfallpatient, das Unfallopfer muss versorgt werden. Und in den letzten Wochen und Monaten waren unsere Intensivstationen um die 90 Prozent belegt. Und davon 20, das ist richtig, 20 Prozent Covid-19-Patienten. Mit der Kenntnis, dass der Covid-19-Patient in der Versorgung überproportional viel Personal und auch räumliche Kapazitäten bindet, kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Unsere Intensivpfleger, Pflegerinnen, unsere Ärzte und Ärztinnen haben bis zur Erschöpfung mit höchstem Engagement gearbeitet. Über Tage, über Wochen, über Monate. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass es uns bislang gelungen ist, durch diese Pandemie zu kommen, ohne unser Gesundheitssystem an seine Grenzen zu führen. Bei uns musste kein Arzt, keine Ärztin entscheiden, ob und welche Patienten beatmet werden. Bei wem es sich lohnt und bei wem die Versorgung eingestellt wird. Aber in gewisser Weise ist auch eine Triage durchgeführt worden. Denn planbare Eingriffe, nicht lebensnotwendige Diagnostiken und Therapien mussten verschoben werden. Und auch das fällt medizinisch Verantwortlichen nicht leicht. Es ist also echt dummes Zeug, zu behaupten, dass die Lage auf den Intensivstationen gar nicht so schlimm war. Statt die herausragende Leistung unserer Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte, Ärztinnen zu würdigen, versucht die AfD, sie zu diskreditieren. Und wenn die AfD meint, dass die Auslastung nur ein Fake ist, beziehungsweise die Betten aus purer Geldgier mit Gesunden belegt werden, dann gehen Sie doch bitte auf die Covid-Intensivstation. Dann fragen Sie dort die Belegschaft, was sie in den letzten Wochen und Monaten getan hat. Lassen Sie sich zeigen, wie viele Sonderschichten und Überstunden geschrubbt wurden. Meine Damen und Herren, jetzt endlich sind die Infektionszahlen rückläufig. Die täglichen Neuaufnahmen auf den Intensivstationen gehen zurück. Aber von Entspannung im eigentlichen Sinne würde ich noch nicht reden. Denn auch im sogenannten Normalbetrieb, von dem wir noch ein Stück weit entfernt sind, ist die personelle Situation auf Kante genäht. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir endlich per Gesetz ein wissenschaftlich funtiertes Personalbemessungsinstrument auf den Weg bringen. Das ist eine lange Forderung meiner SPD. Meine Damen und Herren, in Deutschland sind mit Stand 19. Mai bisher 86.902 Menschen mit oder an Covid verstorben. Das heißt, dass 86.902 Mal um ein Leben gekämpft und gerungen wurde. Dass 86.902 Mal mit Familien einen Verlust erlitten haben. Und das ist kein Thema, um daraus parteitaktisch Kapital zu schlagen. Hier gibt es nichts zu deuteln. Hier gibt es nichts zu deuteln oder zu relativieren. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie hat uns mehr als deutlich vor Augen geführt, wo die Sterben, aber auch wo die Schwächen unseres Gesundheitssystems liegen. Und diese gilt es in Ruhe, ohne populistisches Geduld aufzuarbeiten, damit wir künftig besser gewappnet sind. Herzlichen Dank. Ja, und wenn man in das Intensivregister heute hineinschaut, in das DIVI-Intensivbettenregister, dann sieht man, dass es insgesamt über 100.000 behandelte Fälle von Covid-19 auf den Intensivstationen in Deutschland gab. Heute, tagesaktuell, werden gemeldet an Fallzahlen für Covid-19 auf den Intensivstationen 3.594. Herr Kollege, man fragt sich, was die Autorengruppe um Matthias Schrappe mit ihrem Graune und ihrem Zusammenpanschen unterschiedlicher Zahlen aus unterschiedlichen Quellen eigentlich aussagen möchte. Was hier aufgeschrieben wurde, ist im Wesentlichen der Versuch von Wichtigtuerei. Springers Tagespostille Die Welt hat ausführlich darüber berichtet und hat dafür viele neue Abos eingefahren. Geschäfte machen mit Fake News ist ja bekanntlich Springers Kernkompetenz. Und aus Fake News Politik zu generieren, ist das Konzept der AfD. Seriöse Journalisten und Journalisten haben die vermeintlichen Argumente in den letzten Tagen zerlegt. Fachgesellschaften und Verbände haben ebenfalls fundierte Gegenargumente geliefert. Eine weitere ernsthafte Debatte zu diesem Thesenpapier ist aus unserer Sicht deswegen nicht notwendig. Nur ein Punkt ist mir noch wichtig. Die Überlastung der Intensivstationen infrage zu stellen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Kolleginnen und Kollegen, die dort in den letzten Monaten weit über ihre Belastungsgrenze hinaus gearbeitet haben. In der Intensivpflege war es schon im Normalbetrieb nicht vertretbar, wenn eine Fachkraft mehr als zwei Patientinnen versorgen musste. Und wir haben in den letzten Monaten viele Berichte von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie drei, vier, manchmal sogar fünf Intensivpatientinnen alleine versorgen mussten. Einige, die den Mut hatten, darüber öffentlich zu sprechen, sind fristlos gekündigt worden. Das ist die Realität in den Krankenhäusern. Herr Schrappe und seine Mitautorinnen scheinen da durch ein Paralleluniversum zu schweben. Es gibt kein Divi-Gate, das ist ein Fantasieprodukt. Stattdessen sollten wir über das Fallpauschalen-Gate reden. Der eigentliche Skandal ist nämlich, dass die Bundesregierung die ganze Pandemie am Irrsinn der Fallpauschalen festgehalten und damit eine unverantwortliche Krankenhauspolitik betrieben hat. Die Fallpauschalen waren schon vor der Corona-Krise hauptverantwortlich für die Misere in den Kliniken. Pflegenotstand, eklatanter Personalmangel, mangelhafte Bevorratung sowie fehlende Betten- und Laborkapazitäten sind Ergebnis des Kostendrucks, dem die Krankenhäuser seit Einführung der DRGs ausgesetzt sind. Schon im Normalbetrieb sorgen sie für ein Nebeneinander von Geldverschwendung, Kostendruck und Fehlsteuerung. Als es im März 2020 darum ging, in den Krankenhäusern Schnellkapazitäten für die Behandlung von Covid-Fällen freizumachen, mussten planbare Eingriffe im großen Stil abgesagt bzw. verschoben werden. Für einen solchen Krisenfall ist die angebliche leistungsorientierte Vergütung durch Fallpauschalen völlig untauglich. Ohne den hastig aufgespannten sogenannten Schutzschirm wäre die Krankenhausversorgung zusammengebrochen, weil die Krankenhäuser innerhalb kürzester Zeit zahlungsunfähig gewesen wären. So viel zur Krisentauglichkeit des DRG-Systems. Die Krisensituation schrie danach, die Fallpauschalen mindestens für die Zeit der Pandemie auszusetzen und den Krankenhäusern ihre tatsächlichen Kosten zu erstatten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und andere Krankenhausverbände haben diese Forderung ganz ähnlich formuliert. Kurzzeitig hat sich sogar der AOK dafür ausgesprochen. Damit hätten die Krankenhäuser die finanzielle Absicherung gehabt, sich ohne finanzielles Risiko der Epidemie zu stellen. Es wäre der sauberste Schritt gewesen. Kein Krankenhaus hätte so in der Krise Verluste machen müssen und kein Krankenhaus hätte von der Krise profitieren können. Der Bundesregierung war aber die Rettung der Fallpauschalen wichtiger als die finanzielle Absicherung der Krankenhäuser. Betriebswirtschaftliche Fehlanreize blieben bestehen und es entstand ein absurdes Nebeneinander von Mitnahmeeffekten auf der einen Seite und Unterfinanzierung auf der anderen Seite. Die Krankenhäuser konnten sich jetzt dafür, konnten sich für die unterschiedlichen Fachabteilungen ausrechnen, ob es sich eher lohnt, die Betten weiter zu belegen oder die Freihaltepauschale einzukassieren. Und das haben sie tatsächlich auch getan. Es gab entsprechende Beratungsangebote von Unternehmensberatungen an die Krankenhäuser. Auf der anderen Seite haben vor allem öffentliche Maximalversorger erhebliche Verluste eingefahren. Ich zitiere aus einer Studie zum Schutzschirm für den sogenannten Expertenbeirat, den das Gesundheitsministerium selber eingesetzt hat. Freigemeinnützige, das Zitat, freigemeinnützige und private Krankenhäuser haben überdurchschnittliche Erlössteigerungen realisiert, während Universitätskliniken Erlösrückgänge von bis zu 6 Prozent aufweisen. Die Fallpauschalen sind dann zum 30. September ausgelaufen und die Bundesregierung hat die Krankenhäuser erst mal im Regen stehen lassen. Erst Ende November wurde eine neue Regelung getroffen. Die Fehlkonstruktion der Fallpauschalen war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich. Im Gesundheitsministerium dominierte aber weiterhin das ideologische Interesse an der Rettung der Fallpauschalen. Also wurden die Brotkörper noch etwas höher gehängt und Zuwendungen an eine Auslastung der Intensivkapazitäten von mindestens 75 Prozent geknüpft. Die Folge, Krankenhäuser meldeten weniger Kapazitäten, kehrten zum Programm planbarer OPs zurück, um die Quote zu erreichen. Dafür haben die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern einen viel zu hohen Preis bezahlt. Die Konsequenz aus der Überlastung wird sein, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Krankenhäuser verlassen oder zumindest ihre Stunden reduzieren werden, wenn die Krise halbwegs überwunden ist. Der Trümmerhaufen des Personalmangels ist durch die finanzielle Fehlsteuerung in der Krise größer geworden, obwohl wir so dringend mehr Fachpersonal in den Krankenhäusern brauchen. Die Bundesregierung hat in der Krise das Füllhorn über die privaten Krankenhausindustrie ausgeschüttet, während viele öffentliche Häuser jetzt unter verschärften Bedingungen um ihr Überleben kämpfen. Gleichzeitig wurden massenhaft Personal verheizt. Letzter Satz. Das ist der eigentliche Skandal. Die Linke bleibt dabei. Wir brauchen einen Systemwechsel in den Krankenhäusern. Gemeinwohl statt Kostendruck und Profite. Vielen Dank. Harald Weiberg war das für die Linke. Und jetzt hören wir für die Bündnisgrünen hier Janosch Dahmen. Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ohne die zahlreichen exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem Land, aber auch international, wären wir in dieser Pandemie ganz schön aufgeschmissen gewesen. Wie umfangreich, schnell und präzise unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen zuverlässige Daten geliefert haben, verdient zuallererst Respekt. In der Pandemie erlangte die Registerarbeit, die Modellierung, die Intensivmedizin selbst eine besondere Bedeutung. Stellvertretend für das Intensivregister zuständige Team bei RKI und DIVI möchte ich an dieser Stelle den Kollegen Prof. Weber-Karstensen von der Charité und Prof. Dr. Cara Giannidis von der Universität Wittenherdecke vom Intensivregister danken. Leider wird jedoch auch immer öfter mit vermeintlicher Wissenschaft Stimmung gemacht, wie wir heute erleben. Was wir heute im Bundestag auf der Tagesordnung haben, ist wieder so ein Fall politischer Stimmungsmache. Die AfD setzt das Thema der Intensivstationen auf die Tagesordnung, weil ihr ein Papier in die Hände gefallen ist, in dem im Kern die Behauptung aufgestellt wird, es hätte niemals eine ernsthafte Belastung oder gar Überlastung in Teilen des Gesundheitswesens gegeben. Und in dem der DIVI und so manchen Kliniken darüber hinaus auch noch Manipulation unterstellt wird, Manipulation an den Daten vorliegenden Fallzahlen. An die AfD gerichtet kann ich nur sagen, ihr Verständnis zur Wissenschaft ist höchst verwunderlich, abermals. Einerseits diskreditieren Sie seit über einem Jahr wiederholt die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unseres Landes. Und andererseits machen Sie sich hier ein Papier zu eigen, das einer wissenschaftlichen Grundprüfung schon im ersten Stand nicht standhält. Dieses Papier zur intensivmedizinischen Versorgung krankt an Verzerrung, an Ungenauigkeit und an Unterstellungen. Das hätte die AfD aufgrund der öffentlichen Kritik längst wissen können. Viele Journalistinnen und Journalisten, das ist bereits angesprochen worden, haben dies in etlichen Beiträgen ja auch deutlich gemacht. Aber nein, die AfD tut so, als hätte das alles nicht gegeben und macht aus unhaltbaren Behauptungen im Gewand der Wissenschaft sogar noch eine Kampagne, die diejenigen trifft, die es am wenigsten verdient hätten, nämlich die Menschen auf den Intensivstationen, die seit über einem Jahr für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in dieser Pandemie kämpfen. Weil ich als Arzt auf der Intensivstation selbst viele Tage und Nächte verbracht habe, weiß ich recht genau, was die Kolleginnen und Kollegen seit über einem Jahr dort bis heute durchmachen. Und ich möchte deshalb zumindest mit den gröbsten Verzerrungen aus diesem Papier aufräumen und zur Versachlichung der Debatte dieses Jahr eingefordert worden eingangs beitragen. Erstens. Die Behauptung in dem Papier, Deutschland sei Ende April diesen Jahres permanent 61 Prozent der hospitalisierten Patienten auf Intensivstationen gewesen, ist tatsächlich eine aus der Luft gegriffene Zahl, die letztlich eine Schätzung und jede wissenschaftliche Grundlage entbehrt. Diese Angaben sind schlichtweg falsch und sind, wie gesagt, unseriöse Schätzungen, denen einer wissenschaftlichen Auswertung keine Grundlage gebietet. Der Anteil hospitalisierter Covid-19-Patienten wird gar nicht systematisch pro Tag erhoben seit Beginn der Pandemie, was man kritisieren kann, aber was auch sozusagen entsprechende Angaben in dem Papier erst gar nicht möglich macht und dürfte tatsächlich im Mittel eher bei 20 bis 30 Prozent und damit in Nähe internationaler Werte liegen und nicht, wie hier behauptet, in diesem Papier in schwindelerregenden Höhen. Auch in den Korrekturen dieses Papiers ist das weiterhin falsch hoch angegeben. Und letztlich sozusagen muss man darauf hinweisen, dass es ja gerade an einer einheitlichen Definition von Intensivbetten fehlt und die es da eben auch schwierig macht, internationale Vergleiche überhaupt anzustellen. Hier werden also eher Äpfel mit Birnen verglichen als wirkliche Wissenschaft betrieben. Zweitens wird in dem Papier behauptet, dass die Anzahl der verfügbaren Intensivbetten nicht durch mehr Patienten, sondern durch veränderte Zählweise abgenommen habe. Auch hier wird deutlich, dass die Autoren zu weit von der Praxis entfernt sind. Zu Beginn der Pandemie wurden, wie auch angeklungen war bei meinen Vorrätern, allein freie Betten gezählt. Aber ein Bett allein reicht nicht zur Versorgung von schwer kranken Patientinnen und Patienten. Dazu gehört auch geschultes Personal, die technische und materielle Ausstattung. Erst als diese Faktoren durch die DIWI selbst fachlich definiert wurden und in die Statistik eingeflossen sind, haben wir ein realistisches Bild über die tatsächlichen Intensivkapazitäten in Deutschland erhalten. Das war also keine Schummelei, das war fachliche, wissenschaftliche Arbeit. Dafür gilt RKI und DIWI ausdrücklich Dank. Drittens wird der DIWI unterstellt, sie gebe eine falsche Anzahl an Pflegekräften an. Und auch diese These scheitert im Praxistest. Es geht bei der DIWI nicht um Pflegekräfte im Allgemeinen, sondern um hochspezialisiertes, geschultes Pflegepersonal, das auf den Intensivstationen zur Verfügung steht. Und hier ist die Realität doch eine ganz andere. Die Zahlen der DIWI zeigen eindeutig, dass mit jeder Pandemiewelle die Personalknappheit zugenommen hat und dass immer mehr Betten abgemeldet werden mussten, weil die Patienten eben nicht versorgt werden könnten. Herr Kollege, die Zeit ist abgelaufen. Das ist die Realität. Und die Menschen auf den Intensivstationen verdienen unsere Rückendeckung, unsere Unterstützung, unseren Dank und Respekt und mehr, bessere Arbeitsbedingungen. Und nicht eine solche Debatte wie heute im Bundestag. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme abgeben wollte, aber nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung. Bitte, Schriftführer und Schriftführer, mit der Auszählung zu Beginn. Ich gebe Ihnen das Ergebnis später bekannt. Und wir setzen die Aktuelle Stunde fort. Nächster Redner. Zur Erklärung vielleicht noch mal. In der letzten halben Stunde wurde hier namentlich abgestimmt, hier auf dem Flur des Reichstages. Das ist ja immer nach außen verlagert. Da ging es aber natürlich nicht hier um dieses Thema, sondern um einen Ordnungsruf, den ein Abgeordneter der AfD-Fraktion gestern erhalten hatte vom Bundestagsvizepräsidenten. Und die AfD-Fraktion hat dagegen Einspruch eingelegt gegen diesen Ordnungsruf. Und darüber wurde namentlich abgestimmt. Mehr, wenn wir dann das Ergebnis erhalten. Jetzt in der Aktuellen Stunde geht es weiter mit dem nächsten Redner. Und das ist Alexander Kraus für die Unionsfraktion. Dennoch sind wir noch nicht über dem Berg. Ich komme aus dem Erzgebirge einer Region, die aktuell eine Inzidenz von 182 hat. Die Intensivstationen laufen also noch immer unter Volllast. Und das seit einigen Monaten. Und wenn man die Region betrachtet, so ist es so, dass eben immer noch nicht das klassische Operationsgeschehen stattfinden kann, dass dort auf Sparflamme gearbeitet werden muss, damit man die entsprechenden Kapazitäten auf den Intensivstationen freihält. In anderen Regionen unseres Vaterlandes ist das zum Glück schon besser geworden. Jetzt gibt es den Vorwurf, der dann auch in den sozialen Medien unterwegs ist. Im vergangenen Jahr seien doch nur 4,9 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt gewesen. Da geht es also um die Verweildauertage. Und es kann doch gar nicht so schlimm gewesen sein, wenn diese Quote nur bei 4,9 Prozent liegt. Da muss man ganz klar sagen, Ziel unserer Gesundheitspolitik, bin ich Lothar Riebsamen dankbar, dass er es gemacht hat, war nicht gewesen, dass die Betten voll sind, sondern dass möglichst wenig Patienten erst in einem solchen Zustand kommen, dass sie intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Deswegen haben wir den ganzen Aufwand betrieben. Das war das Ziel, dass möglichst wenig Patienten in diesen Betten liegen. Und natürlich, trotz der Pandemie gibt es weiterhin Schlaganfälle, es gibt weiterhin Herzinfarkte, es gibt weiterhin Unfälle, es gibt weiterhin auch planbare Operationen. Und diese Patienten, die dann mit einem Schlaganfall zum Beispiel ins Krankenhaus kommen, die haben den Anspruch auf eine hochwertige Versorgung. Das ist zumindest der Anspruch, den wir für uns definieren. Jetzt ist das so eine Frage mit dem Durchschnitt. Da muss man immer genau hinschauen. Was versteht man unter dem Durchschnitt? Also der Pegelstand des Rheins bei Köln liegt bei 139 Zentimetern. Theoretisch könnte man also sagen, man kann ganz gut durch den Rhein durchlaufen und würde dabei nicht ertrinken, weil der Rhein halt nur 139 Zentimeter tief ist. Vor Selbsttests möchte ich warnen, weil der Durchschnitt zwar der Durchschnitt ist, aber man kann eben trotzdem auch bei einem Durchschnitt ertrinken. Und so wie das bei dem Rhein ist, so ist es auch bei den Intensivstationen. Wenn im Sommer zum Beispiel die Auslastung gering war, dann ist das sicherlich richtig, dass sie geringer war. Aber dass sie zum Beispiel dann in der zweiten Phase der Pandemie, in der zweiten Welle, war sie eben besonders hoch. Und deswegen ist der Vergleich über ein Jahr zumindest keiner, der allein trägt. Denn wir wollen zu allen Zeiten, zu allen Zeiten genügend Betten zur Verfügung haben, dass wenn ein Patient kommt, er die entsprechende Behandlung bekommt. Wenn man wissen möchte, wie die Belegung auf den Intensivstationen ist, dann gibt es ein ganz einfaches Mittel. Und das möchte ich den Kollegen der AfD einfach mal ans Herz legen. Fragen Sie einen Arzt oder eine Krankenschwester, wie es auf den Intensivstationen aussieht. Fragen Sie die Leute, die dort tagtäglich arbeiten, die wirklich Hochleistung bringen, die täglich am Limit arbeiten. Ich persönlich war vor vier Wochen auf der Intensivstation gewesen, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir den Menschen zuhören, die dort arbeiten, und nicht irgendwelches dummes Geschwätz, was sie sich irgendwo ausgedacht haben. Wir haben alles unternommen, damit die Krankenhäuser gut durch diese Pandemie kommen. Das kostet den Steuerzahler 10 Millionen Euro extra. Ich halte das aber für gut investiertes Geld, was wir im vergangenen Jahr angelegt haben, damit die Krankenhäuser gut durch diese Pandemie kommen. Ich bin Ihnen herzlich dankbar für diese Debatte. Und ich führe die hier wahnsinnig gern. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle nur sagen. Denn der Vorwurf, der uns gemacht wird, dass man vielleicht zu viel gemacht hat in der Pandemie, der ist mir dreimal lieber als der Vorwurf, dass wir zu wenig gemacht hätten, dass wir nicht genügend Betten zur Verfügung haben würden, dass wir Situationen hätten, wie wir es in Italien, in Frankreich oder Spanien oder im Großteil dieser Welt erlebt haben, dass Menschen nicht die medizinische Verhandlung bekommen haben, die notwendig ist, weil nicht die Betten zur Verfügung stehen. Und da ist die Debatte, die wir jetzt führen, so nach dem Motto, es gab ja trotzdem zu viele Betten, die führe ich dann dreimal lieber als die andere Debatte, wo man dann aber tausende Tote beklagen muss, weil die medizinische Versorgung nicht ausgereicht hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland ist das Land auf der Welt, was die meisten Intensivwetten hat. Es gibt kein Land auf der Welt, was mehr Intensivwetten pro Einwohner vorhält. Kein Land. Darauf bin ich stolz. Und ich bin den Ärzten und Krankenschwestern sehr, sehr dankbar für ihre Arbeit. Dankeschön. Der nächste Redner, der Abgeordnete Dieter Spangenberg, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eines der wichtigsten Argumente für die einschneidenden Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung in der Koromona-Problematik ist und war die Überlastung des Gesundheitssystems. Hierbei insbesondere die drohende Knappheit der Intensivbetten, die mit Panik auslösenden Bildern aus anderen Ländern die Überlegung des BNI, Direktschreckensbilder zu produzieren und dies allein um Akzeptanz, Gefügigkeit bei der Bevölkerung für die einschneidenden Maßnahmen zu erreichen. Die Kritik an die Entschreckungsmeldung der Regierung und ihrer grün-linken Unterstützern begleiten diese Maßnahmen immer noch, meine Damen und Herren. Auf Expertenmeinungen, die in offiziellen Verlautbarungen der Regierung widersprechen, wird und wurde grundsätzlich polemisch reagiert. Da konnten die Experten durchaus anerkannte wissenschaftliche Persönlichkeiten mit akademischen Kraten, akademischen Titeln und Funktionen sein. Es nützt ihnen gar nichts, meine Damen und Herren. Quasi über Nacht werden sie zu Unpersonen stigmatisiert. So auch die zahlreichen hochkarätigen Aktoren der aktuellen dritten Ad-Hoc-Stellannahme zur intensivmedizinischen Versorgung in der Covid-19-Epidemie, auf die ich mich hier vorwiegend auch beziehe. Ein großer Faktor bei der Begründung mit fehlenden Intensivbetten war ja der Faktor Angst, mit dem in unverantwortlicher Weise aus unserer Sicht Politik betrieben wird. Die nahezu gleichbleibende Anzahl von Intensivbetten ist mit 20.000 Betten seit Frühjahr 2020 festzustellen. Seit April 2020 wurden die Gesamtbettenzahlen nach einer kurzen gleichbleibenden Anzahl immer weiter verringert. Die Anzahl der Corona-Bettenbelegung schwankte bei gleichbleibender Gesamt-Intensivbettenbelegung. Das ist einfach die Tatsache. Also die Frage, wie ist es möglich, dass bei unterschiedlichen Wellen, Krankheitsvorläufen und Inzidenzwerten keine Schwankungen im Intensivpflegebereich zu verzeichnen ist. Die angebliche Gefahr der Überlastung der Intensivstationen war offensichtlich nie gegeben, hat aber zur Verängstigung geführt, die noch heute zu den nicht erfassten Kollateralschäden geführt haben und führen wird, meine Damen und Herren. Dies gerade im Bereich Herz-Kreislauf- und Krebspatienten besonders zu sehen. Die Kritik an der Erfassung der Corona-Patienten ist ebenfalls konkret. Doppelzählung an der Erfassung der Corona-Patienten ist ebenfalls festzustellen oder durch die Verlegung und Einweisung in den Intensivpflegebereich von Patienten, die nicht Corona-Patienten sind. Dies führt ebenfalls zu völlig ungenauen Daten. Trotzdem werden die einschneidenden Maßnahmen gegen ihre Bevölkerung durchgeführt und durchgesetzt. Die Frage ist hierbei, ist das nun Absicht oder Unfähigkeit, meine Damen und Herren. Das Intensivbettenregister ist keine zuverlässige Quelle, um sichere Schlüsse zu ziehen. Die Zahlen sind Ihnen nicht in einer Weise erhoben, dass Sie tatsächlich die Situation widerspiegeln. Das DIVI erklärt sogar selbst, dass Mehrfachzählungen von Patienten durch Verlegung vorkommen können. Wie stark sich das auswirkt, ist nicht bekannt. Man kann nur Waageschätzungen abgeben. Laut ARK-Angaben werden etwa 11 Prozent aller Patienten einmal verlegt, bei bearptenden Patienten sogar über 30 Prozent. Das DIVI selbst um konkrete Meldungen bittet, bedeutet, dass DIVI selbst um die Schwachstellen weiß. Auch die immer häufig wiederholende Erklärung, die intensivmedizinische Behandlung Corona-Patienten würden immer jünger werden. Das wird ja festgestellt, die würden immer jünger werden. Meine Damen und Herren, das hält aber einer Überprüfung nicht statt. Die Statistiken geben diese Behauptung ebenfalls nicht her. Sehr bedenklich auch die Diskussion um eine Möglichkeit der sogenannten Triageentscheidung in den Kliniken. Frau Dittmer, Sie haben das nicht ganz richtig ausgeführt. Es ging nicht darum, ob ein Herzpatient gegenüber einem Corona-Patient ausgeteilt wurde. Nein, die Diskussion wurde in unverantwortlicher Art und Weise zwischen dem, der leben darf und der sterben muss, diskutiert. Das ist das, was ich Ihnen vorwerfe. Da haben Sie eine Sache in die Gesellschaft gebracht, die unverantwortlich ist. Unfähigkeit könnte man auch im Bereich der Prämienzahlung für die bereitstellende Intensivbette im Krankenhaus sehen. Das wurde vorhin schon einmal erwähnt, wenn eine 75-prozentige Auslastung der Bettenkapazitäten wie nicht Corona-Patienten die Voraussetzung für diese Mittel ist. Das heißt, wenn ich nicht auf 75 Prozent Auslastung komme, reduziere ich einfach meine Gesamtbettenzahl und kann dies dann mit 65 Prozent ausweisen. Meine Damen und Herren, eine sehr fragwürdige Maßnahme. Tja, haben politische Entscheidungen für Fingernseite Entschädigung und Sonderzahlungen zu Fehlanreizen geführt, also zu Missbrauch? Ich glaube, auch das wäre noch einmal zu überprüfen. Es sieht jedenfalls so aus. Dies ehrlich zu analysieren, ist wichtig, um die Entscheidung vom Parlament und der Regierung, auch der Länderregierung, zu überprüfen, jedenfalls zu korrigieren und für kommende ähnliche Fälle zu lernen und Fehler zu vermeiden. Meine Damen und Herren, die AfD hat mehrfach die Gründung einer ständigen Epidemiekommission angeregt, die auch solche Probleme hätte lösen können und sollen, sowie mit ihrem Beratungsergebnis dann die Bundesregierung fachlich beraten würde, oder sie könnte es beraten, oder auch den Bundestag. Das haben Sie abgelehnt, meine Damen und Herren. Wir kritisieren Ihre Politik. Sie haben ohne Not Panik und Angst in der Bevölkerung geschürt. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der SPD, der Abgeordnete Dr. Edgar Franke. Und Edgar Franke sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages für die SPD-Fraktion. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Unsere Intensivstationen sind die letzte Haltelinie in der Pandemie. Das muss man ganz klar sagen. Dort liegen Menschen mit schweren Krankheitsverlaufen. Dort liegen Menschen, die Leid erfahren. Dort retten aber engagierte Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger täglich Leben. Und wir sollten Ihnen ausdrücklich für den großen Einsatz danken und nicht mit falschen Zahlen argumentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pandemie hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig ein flächendeckendes Netz aus Krankenhäusern ist. Das bestehende Netz hat uns gut durch die Pandemie gebracht. Auch, weil wir am Anfang der Pandemie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und die waren eben Geld für freigehaltene Intensivbetten den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. So haben wir schnell reagieren können in einer schwierigen Lage. Und das hat viele Leben gerettet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mittlerweile gibt es statt der Pauschalen für freie Intensivbetten einen Erlösausgleich, einen Ganzjahreserlösausgleich für das komplette Jahr 2021. Lieber Harald Weinberg. Und auf der Basis der Erlöse von 2019, und der ist auch auskömmlich, das sagt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Und das hat nichts mit der Kritik an den DRGs zu tun, muss man ganz klar sagen. Nämlich, dieser Erlösausgleich sichert die wirtschaftliche Stabilität der Krankenhäuser. Dafür haben wir gesorgt. Er sichert weiterhin eine flächendeckende Gesundheitsversorgung. Und ergibt den Krankenhäusern gerade in schwierigen Zeiten, Herr Riebser haben weiß das, Planungssicherheit. Denn eines haben wir gelernt. Unsere Intensivstationen, unsere Krankenhäuser sind gerade das Krisenpolster in der Pandemie gewesen. Und sind es noch heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Manche behaupten jetzt, auch heute in den Reden, dass kaum Intensivbetten durch Corona belegt waren. Die Wahrheit ist aber, es gab zeitweise viele Corona-Patienten, die auf den Intensivstationen mit ihrem Leben bekämpft haben. Nicht nur im Frühjahr, sondern vor allen Dingen ab dem November. Das sagen alle Praktikerinnen und Praktiker bestätigen. Und ich bin froh, dass wir vorbereitet waren. Es gibt auch den Artikel in der Welt, den hat auch Harald Weinberg angesprochen, dass die Zahl der Intensivbetten deutlich gesunken sei. Das ist aber so nicht richtig. Vielmehr haben wir die Untergrenzen beim Pflegepersonal wieder im Februar eingeführt. Dadurch wollten wir gerade, dass die Versorgung der Patienten, gerade die Versorgung schwerkranker Patienten, wieder verbessert wird und die Belastung des Personals verringert werden konnte. Dadurch sind bei gleichbleibenden Personal natürlich weniger Betten betreibbar. Auch darauf hat Sabine Dittmar hingewiesen. Außerdem führte das Intensivregister die 3 000 Kinderbetten jetzt extra auf, da sie fast nie an Schwer an Corona erkranken. Also, es gibt nachvollziehbare Gründe für die veränderten Zahlen. Das hätte auch der AfD eigentlich auffallen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die dritte Welle ist mittlerweile gebrochen. Wir haben immer das Bild, dass wir sagen, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Gerne sollten wir draußen und können wieder draußen im Außenbereich Gastronomie öffnen. Wir können Freibäder öffnen. Die Biergärten sind teilweise wieder auf. Und auch für drinnen brauchen wir eine klare Öffnungsperspektive. Es ist schon mehrfach gesagt worden, durch die zunehmenden Impfungen gibt es Zuversicht, gibt es den Menschen Zuversicht und Lebensfreude. Entscheidend ist dabei, das möchte ich ausdrücklich sagen, dass wir den sozialen Zusammenhalt auf den letzten Etappen der Pandemie, der Epidemie nicht verspielen sollten. Sonst könnte aus einer Pandemie-Krise eine Demokratiekrise werden. Und das können wir alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht wollen. Es darf auch nicht sein, es darf wirklich nicht sein, dass wir Biergärten haben, dass wir Kneipen haben, wo Geimpfte abends in der Kneipe sitzen und die Jungen draußen bleiben sollen. Deswegen müssen wir darauf achten, dass die Getesteten immer mit Genesenen und Geimpften in Zukunft gleichgestellt werden. Sonst gefährdet das wirklich den sozialen Zusammenhalt. Und das kann auch niemand wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und der ein oder andere journalistische Beitrag in letzter Zeit hat auch vielen Menschen Angst gemacht. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber was wir jetzt brauchen, ist Zuversicht. Zuversicht, dass wir das letzte Stück gemeinsam schaffen. Zuversicht, dass wir Schritt für Schritt wieder zurück zur Normalität kommen können. Ich bleibe dabei, Zuversicht und Solidarität sind die wirksamsten Mittel gegen die Pandemie und sozialer Zusammenhalt. Das ist dafür auch notwendig. In dem Sinne danke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Edgar Franke war das für die SPD-Fraktion. Der Kollege Erwin Rüttel gibt seine Rede zu Protokoll. Dadurch können wir das Plenum schon vorzeitig um 6.10 Uhr beenden morgen früh. Vielen Dank, Erwin Rüttel. Und der nächste Redner ist der Kollege Stefan Pilzinger. Ja, das war ein bisschen Ironie, würde ich sagen, vom Bundestagsvizepräsidenten. Denn das Programm heute, was der Bundestag sich vorgenommen hat, das geht relativ lange und man ist schon ein bisschen im Zeitverzug. Eine Rede zu Protokoll gegangen. Fünf Minuten gewonnen. Jetzt Stefan Pilzinger für die Unionsfraktion. Ich weiß ja auch durch Ihre Beiträge hier im Plenum und im Ausschuss mittlerweile, dass Sie das Infektionsgeschehen am liebsten einfach hätten laufen lassen, ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und weil die Infektionszahlen seit einigen Tagen endlich sinken, ernten Sie für diese Politik des Leugnens und zu ignorieren Sie jetzt auch noch Beifall von Ihren Unterstützern. Aber ich sage Ihnen eines. Nur durch unsere konsequenten Maßnahmen und die fortschreitende Impfkampagne haben wir die dritte Welle doch überhaupt brechen können. Wenn wir die Hände in den Schoß gelegt und nichts getan hätten, wären Tausende von Menschen mehr in Deutschland gestorben, ganz zu schweigen von den Spätfolgen bei denjenigen, die die Erkrankung überwunden haben. Dass die AfD keinen einzigen konstruktiven Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie geleistet hat, sollte mittlerweile jedem klar sein. Aber dass Sie dann noch die Dreistigkeit besitzen, das Parlament in seiner Arbeit zu behindern, indem Sie beinahe jede Woche irgendein halbgares Thema zu einem Skandal aufbauschen, da fehlen einem wirklich die Worte. Der neueste Anlass ist jetzt hier also angeblich der Abbau von Intensivbetten in Deutschland. Und ganz ehrlich, so neu ist das Thema gar nicht. Schon vor der Verabschiedung des vierten Bevölkerungsschutzgesetzes wurde das in jeder zweiten Zuschrift an mich thematisiert. Und da haben die Menschen geschrieben, die Corona immer noch für eine Verschwörung der Regierung halten. Nur damals lautet der Vorwurf, hätten einen Abbau von Intensivbetten wissentlich in Kauf genommen, um unsere Maßnahmen zu rechtfertigen. Aber natürlich ist das absoluter Unfug. Und hätten Sie in den Ausschusssitzungen auch aufgepasst, dann wüssten Sie auch, dass wir uns diese Debatte wirklich sparen. Also noch einmal zur Erinnerung, im April, also vor gerade einem Monat, haben Sie sich in Deutschland fast 150.000 Menschen jede Woche mit dem Coronavirus infiziert. Zu diesem Zeitpunkt lagen über 5.000 schwerstkranke Covid-Patienten auf unseren Intensivstationen. Und es wurden täglich mehr. Da können Sie doch nicht sagen, die ergriffenen Maßnahmen wären unnötig. An drohende Überlastung des Gesundheitswurzs wären wir selbst schuld. Erklären Sie mal das den Erkrankten oder den Angehörigen der Verstorbenen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass sich Ihre Argumente allein auf die neuesten Vorwürfe von Herrn Schrappe stützen, dann kann ich Ihnen nur sagen, da haben Sie sich leider den falschen Vorkämpfer ausgesucht. Durch seine wenig hilfreichen und unausgegorenen Vorschläge zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat sich Herr Schrappe aus meiner Sicht schon vor Monaten als ernstzunehmender Berater vollkommen disqualifiziert. Und das sage ich Ihnen nicht nur, weil ich seine Empfehlungen mehrfach zur Kenntnis genommen habe, sondern weil ich auch die Gelegenheit hatte, persönlich mit der Schrappe in einer Sitzung zu sprechen und über seine fragwürdigen Vorschläge zu diskutieren. Fakt ist, zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres wurden dem Divi-Register deutlich mehr Freibetten gemeldet, als das noch heute der Fall ist. Aber versetzen Sie sich jetzt noch mal gedanklich in die Monate März bis April, als das Coronavirus die Welt ohne Vorwarnung förmlich überrannt hat. Übrigens waren Sie da, wenn ich mich daran erinnern darf, mit unseren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch vollkommen einverstanden. Für die Krankenhäuser war zu diesem Zeitpunkt kaum einschätzbar, welche Bedarfe durch die steigenden Infektionszahlen entstehen würden. Daher haben die Kliniken zunächst so viele Intensivbetten wie möglich freigemacht und alle planbaren Eingriffe und Behandlungen ausgesetzt. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Die Kliniken müssen nach einem Jahr Pandemie eine Mischung aus Normalbetrieb und Krisenmodus fahren. Denn anders als damals erhofft hat sich das Virus nicht wieder in Luft auflösen lassen. Das pflegerische und ärztliche Personal zum Teil am Ende seiner Kräfte und die Intensivbelegung nimmt nur langsam ab. Noch immer kämpfen über 3.700 Menschen um ihr Leben auf den Intensivstationen. Unter solchen Voraussetzungen lässt sich natürlich nicht die maximale Anzahl von Intensivbetten in Deutschland betreiben. Das kann ich Ihnen auch als Arzt sagen. Das ist so nicht möglich und auch nicht realistisch. Selbstverständlich hat die Bundesregierung die Entwicklung auf den Intensivstationen sehr eng im Blick. Deswegen haben wir ja auch das DIVI-Register geschaffen. Es besteht also weder Grund zur Panik noch dazu. Die Schutzmaßnahmen aufgrund der Berichte in irgendeiner Art und Weise in Zweifel zu ziehen. Sie waren und sind ganz klar notwendig. Und zwar unabhängig davon, ob die Zahl der gemeldeten Intensivbetten heute niedriger ist als im Frühjahr. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Wir haben über den Einspruch des Abgeordneten Rüdiger Lukasen gegen einen in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf. Es wurden 616 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 73, mit Nein haben gestimmt 535. Enthaltungen gab es acht. Der Einspruch des Abgeordneten Lukasen ist damit abgelehnt. Ja, das war ein Einspruch, der bezog sich auf eine Debatte von gestern. Da bekam ein AfD-Abgeordneter Rüdiger Lukasen, Sie haben es gehört, einen Ordnungsruf. Und dagegen hat die AfD Einspruch erhoben. Darüber wurde namentlich abgestimmt. Aber der Einspruch ist abgelehnt worden. Letzte Rednerin Heike Behrens in dieser Aktuellen Stunde. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist eigentlich das Aktuelle an dieser Aktuellen Stunde? Die Äußerung eines einzelnen Autorenteams. Eine Äußerung, die bereits vielfach debattiert, kritisch kommentiert, widerlegt, ja sogar von den Autoren selbst überarbeitet wurde. Wieder einmal greift die AfD nach jedem Strohhalm, um Maßnahmen zum Infektionsschutz anzugreifen und die Menschen in unserem Land zu verunsichern. Sie fordern sachliche und transparente Aufklärung, habe ich vorhin gehört, und interpretieren dann komplexe Sachverhalte und Daten oberflächlich, picken nur heraus, was ihnen vermeintlich hilft, um die Infektionsgefahr zu bagatellisieren und um Misstrauen gegenüber den beschlossenen Maßnahmen zu schüren. Damit werten Sie die Kraftanstrengungen ab, die so viele gemeinsam schultern, um diese Pandemie zu bekämpfen. Es ist für mich befremdlich und vor allem auch beschämend, dass eine ganze Fraktion dieses Hauses das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit leugnet, dass sie Leid und Tod ignorieren, kleinreden, lächerlich machen, nur um Stimmen zu sammeln von denen, die Corona leugnen. Bettenzahl, Fallzahl. Das klingt anonym und es klingt technokratisch. Aber hinter jedem einzelnen belegten Bett auf einer Intensivstation verbirgt sich ein ganz konkretes Schicksal. Da wird um das Leben eines Menschen gerungen. Jedes belegte Intensivbett bedeutet individuelles Leid eines schwer erkrankten Menschen. Da sind Angehörige, die oft über Wochen zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen sind, die selbst nicht helfen können, weil sie gar keinen Zugang haben. Da gibt es womöglich einsames Sterben und die Seelennöte von allen, die nicht voneinander Abschied nehmen können. Und gleichzeitig, und das ist heute schon zur Sprache gekommen, steht das Personal in den Pflegeeinrichtungen und in den Krankenhäusern seit Monaten unter extremer Dauerbelastung. Ärztinnen und Pflegepersonal, aber auch Reinigungskräfte, Verwaltungsmitarbeiter, Krankenwagenfahrer, Rettungssanitäter. Sie alle arbeiten unter psychischer und physischer Höchstbelastung. Und all das ignorieren diejenigen, die Maßnahmen zum Infektionsschutz diskreditieren. Und das ist respektlos und grenzt an Menschenverachtung. Jetzt haben wir durch verantwortungsvolle Maßnahmen und durch gemeinsame Anstrengungen die Kurve gekriegt. Weniger Menschen stecken sich an. Weniger Menschen müssen beatmet werden. Die Belastung auf den Intensivstationen lässt langsam nach. Das ist ein Grund zur Freude. Ja, eigentlich müssten wir es feiern, dass unsere Intensivstationen eben nicht kollabiert sind. Dass wir es geschafft haben, die ganz große Katastrophe zu verhindern durch vorbeugendes Handeln. Und anstatt diesen Erfolg anzuerkennen, sticheln und provozieren Sie weiter. Anstatt dem Personal in den Krankenhäusern den notwendigen Respekt zu zollen, machen Sie weiter alle Maßnahmen verächtlich, die dort Entlastung bringen. Das A in Ihrem Parteinamen steht aktuell wieder einmal für Antwortverweigerer. Denn Sie bringen keine Lösungsvorschläge, keinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Und ja, Sie sind sogar alles Verweigerer, wenn es darum geht, Menschen vor diesem tückischen Virus zu schützen. Nur eines, das sind Sie gewiss nicht, eine Alternative für dieses Land und schon gar keine Wahloption für Menschen, denen die Gesundheit und das Wohlergehen aller am Herzen liegt. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 14a bis 14d und den Zusatzpunkt 10. Erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur gemeinsamen Agrarpolitik. Ja, und wir sind wieder live hier im Deutschen Bundestag, verehrte Zuschauer. Wir hatten in die Aktuelle Stunde, beantragt von der AfD-Fraktion, zu der Intensivbettenauslastung gleich zeitversetzt gezeigt. Und jetzt aber pünktlich wieder hier, weil diese Frau wird jetzt demnächst ans Rednerpunkt treten, die Landwirtschaftsminister Julia Klöckner. Es geht um die große Reform der Agrarpolitik der Europäischen. Es geht um die große Reform der Agrarpolitik der Europäischen.